Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Special-Folge heute mal. Und, ähm, ja, Special hört sich immer gut an, denn ich hab heute nämlich was Special-mäßiges vor. Ja, ich hab es schon lange vor mir hinausgeschoben, aber ich werd's heute machen. So, und zwar, ups, da fehlt das Inventar. Aber, ähm, wir sind pappesatt und ich würde sagen, da wir ja auch keinen Kaffee mehr runterkriegen und es draußen schon wieder regnet. Äh, wieso regnet's denn jetzt? Egal, wir werden's trotzdem machen. Ähm, 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 da fällt mir eine Sache ein, die können wir zwischendurch mal kurz machen. Also, oh, ich lass mich schon wieder viel zu schnell ablenken. Aber, das geht ja fix auf den Weg, äh, werden wir ein paar Bäumchen pflanzen. Und zwar, ein Herbstbäumchen. Da haben wir nämlich ein Zeppling von. Mhm. Genau genommen zwei. Was? Oh, ich kann gar nichts mehr tragen. Guck an. Ja, dann. Müssen wir wohl erst mal was rauspacken. Zum Beispiel die Kappen, das Blöcke. Aber nicht alle. Nein. So. Ähm, ich geh mal ganz kurz zur Truhe und leere mich ein bisschen aus. Dann sind wir ein bisschen entspannter. Mit dem Inventar. So, den brauchen wir erst mal nicht mehr. Das auch nicht. Äh, den kann er nicht einsortieren. Das kann weg. Das kann weg. Die Kohle kann weg. Achso. Zack. Ähm, das. Das. Der kann weg. Nee, den behalten wir. Ähm. Ähm, ähm, ähm. Ja, schauen wir mal. Ähm. Ach komm, raus damit. Holen wir uns da neu. So. Ähm, Stickies können wir auch noch einen rausknallen. Wir haben sogar noch die Pfanne mit hier von gestern. Das kann weg. Das kann weg. Oh, wunderbar. Diese Kiste ist geil. Ähm. Ähm. Wir haben uns das beste Wetter ausgesucht. Aber zum Glück stört uns das ja gar nicht. So. Okidoki. Dann wollen wir mal losstratzen. Sonst dauert das viel zu lange. Boah. Heftiger Shit. Hier, gucken wir mal, wie dunkel es draußen ist. Boah. Machen wir mal die Tür zu hier. So. Regenjacke habe ich an. Und los geht's. Könnt ihr mich denn noch verstehen? Aber ich hoffe, ich kriege keinen, äh, Blitz im Schädel gedrückt. Nein, da wird es nicht. Ah, wir können mal wieder ernten und so. Ähm. Boah. Geiles Wetter. Ich liebe Gewitter. Muss ich sagen. Und wir brauchen noch einen Blitzableiter hier für unseren Baum. Hm. Oh, guck mal. Hier müssen wir auch noch weitermachen. Aber habe ich ja letzte Folge verschoben. Wer dabei ist immer, der weiß, äh, ich mach das auch irgendwann zu Ende. Hoffentlich. Was ist denn das hier eigentlich? Gut, wir müssen jetzt über diesen Berg rüber. Gehen wir mal lieber drum herum. Was für ein Pisswetter, ey. Hopp, hopp. Na, hier kommt man jetzt nicht hoch. Äh. Oh, oh. Nein. Nein. So, einmal rübergejumpt. Wunderbar. Wir können ja zwei Glocke weit springen. Cool. Wusste ich noch gar nicht. So, folgendermaßen. Ähm. Genau. Das ist, äh, genau. Wir schwimmen mal rüber. Er ist noch so ein bisschen unbefestigt hier. Ihr kennt das ja, ne? Blub. Boah. Unter Wasser ist das Gewitter ja noch lauter. Ey, wieso denn heute, ey? Jetzt, wo wir diesen Ausflug machen wollen. So, ihr dürft gespannt sein. Ja, ihr dürft gespannt sein. Ich war nämlich fleißig und ich hab das euch schon seit Folgen versprochen, dass ich euch das mal zeige. Ähm. Ist auch ziemlich wichtig, finde ich. So. Aber ich glaube, also, ähm. Ich hab das ja alles, äh, nicht im Let's Play gemacht, sondern, äh, nebenbei quasi. So, hier ist unser Lavaseel. Das Schaf ist übrigens immer noch da. Nee. Genau. So, dann gehen wir doch mal hier lang. Und zwar ist das ein bisschen versteckt, der Eingang. Äh, alles zugewachsen, hier, Mensch. Genau. So. Oh, Ruhe. So, hier ist ein Bettchen. Ähm. Ich hab hier so ein, so ein kleines, äh, Ding jetzt gebaut. Na, unten geht's nicht mehr weiter. Ich dachte, hier werde ich mich ein bisschen niederlassen, äh, nebenwerkstattmäßig. Ähm. Hier haben wir so ein bisschen Scheiß. Aber hier wollte ich gar nicht hin. Und zwar. Okay, passt auf. Ich bin echt gespannt, wie es euch gefällt. Ich hab ein Labor unter Tage gebaut. Ein Riesenlabor. So. Dann wollen wir mal. Also, ja. Ähm. Also. Ähm. Ich weiß nicht. Ich hab hier ziemlich viele Stunden verbracht. Könnt ihr mal angucken. Also, hier unten haben wir einen Raum. Einen fetten. Da gehen wir gleich mal hin. Also, hier haben wir so erstmal so einen Gang, ne? Es ist jetzt, ist jetzt noch so, hier über dieser Decke ist das Wasser. Und die Decke werden wir am Ende entfernen und dann wird überall Wasser sein. So der Plan. Ob das dann alles so hinhaut, wie ich mir das vorstelle, ich glaube kaum. Aber wir werden, äh, das schon irgendwie hinkriegen. So. Genau. Jetzt gehen wir erstmal hier rein. So. Hier haben wir schon mal unser, unseren ersten Raum. Wollen wir überhaupt umhackelt das jetzt so? Und hier haben wir noch unseren zweiten Raum. Also, ich hatte mir gedacht, äh, für so Hightech-Sachen und sowas. Oder halt auch Zaubergedöns. Gibt ja auch Magie und so. Das muss ja alles erforscht werden. Und dafür braucht man ein geeignetes Labor. Und was würde sich besser eignen als so ein wunderschöner Trakt. Wo man, ähm, so seine eigenen Kammern hat. Wo man, äh, richtig geil in Geheimen irgendwas erforschen kann. Ja. Bin mal gespannt. Vielleicht ist das auch ein bisschen zu groß geworden hier. Ähm. Das ist jetzt hier die zweite Etage. Gucken wir mal hier rein. Hier hinten habe ich ein bisschen was ausgehoben. Hier geht's in den Fels rein. Ähm. Also hier mache ich bislang immer so, so Crafting-Sachen. Keine Ahnung. Was man halt so braucht. Pilkacken haben wir ohne Ende. Und hier kommt so Scheiß rein. Hier auch. Ähm. Ja. Hier mache ich meistens die Karpentastblöcke. Weil es ist ja alles aus Karpentastblöcken gemacht. Und dann Glas drauf. Ähm. Habe ich ein bisschen Zeit verbracht? Ja, tatsächlich. So, gehen wir mal weiter nach unten. Geht ein ganzes Stück. Ich glaube, hier habe ich noch nicht viel gemacht. Bin ich mir gar nicht sicher. Zumindest auf dieser Seite ist nicht viel. Ähm. Hier haben wir nur so ein bisschen Minen und so. Habe ich hier gefunden. Da wollte ich halt erstmal so einen Gang machen, dass man da reinkommt. Hier auch. Oh, hier haben wir so Minen und so. Müssen wir alles noch erforschen. Keine Ahnung. Da war ich selbst noch nicht drin. So. Ist das vielleicht ein bisschen zu much mit diesen beiden Dingern? Ne, ne? Na gut. Ähm. Gehen wir mal weiter runter. Weiter runter. Weiter runter. So, und jetzt kommen wir zu einer weiteren Attraktion. Das ist mir nämlich letztens eingefallen. Also hier ist nix. Da kann man auch weiter bauen, wenn wir lustig sind. Äh. Hier weiß ich gar nicht. Ja, so ein bisschen. Und zwar. Wenn wir hier reingehen, haben wir einen etwas größeren Raum. Den habe ich mal gebaut. Also ausgehoben. Und hier. Ich habe mir Industrial Craft installiert. Mit Industrial Craft kann man ganz, ganz viel machen. Und ich hätte diesen Raum auch mit so einer automatischen Query ausheben sollen. Mit so einer Mine. Da fährt dann so ein Laser ab und, äh, lasert jeden Block einzeln ab. Reihe nach Reihe. Und dann kann man halt den Bereich festlegen, wie groß das sein soll. Zum Beispiel hätte man jetzt hier diese Größe festlegen können. Und dann hätte der das, äh, Step by Step alles, bop, 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 bis es nicht mehr geht, äh, abgebaut. Ähm. Ja, das habe ich jetzt noch per Hand gemacht. Übrigens mache ich nichts im Creative Modus, ne? Absolut gar nichts. Nur mal so nebenbei. So, und dann haben wir hier so ein, äh, ach genau. Man kann, äh, irgendwas mit Uranstäben machen. Ich kann ja mal zeigen. Also passt mal auf. Ähm. Hier. Zum Beispiel gibt es Uranium. Das kann man irgendwo finden. Keine Ahnung. Was ist denn das? Ach so. Ja, das findet man irgendwo in der Welt. Aber nur da, wo wir noch nicht waren. Weil die Mod ist ja später gekommen. Und wir sind ja schon ein bisschen rumgelaufen. Also müssen wir mal dahin laufen, wo wir noch nicht waren. Und ein bisschen entdecken. Und dann kann man hier so Uranstäbe machen und sowas. Äh, hier gibt es auch so eine, ähm, Platten. Eisenplatten und sowas. Was ist das? Crashed. Äh, oh. Ach, okay. Ach so sieht das dann aus. Ja, guck an. Und dann brauchen wir irgendwie... Sowas. Um das umzuwandeln. Und dann kriegen wir das und daraus... Ach du, meine Fresse. Stone Dust. Was? Terminal Centrifuge. Also, wir haben richtig viel Shit, was wir machen können. Und, äh, ich hatte gedacht, wir machen hier einen Reaktor hin. Ja, ganz genau. Ein Atomkernkraftwerk. Dingens rum uns hier. So, und hier ist der Überwachungsraum. Kann man dann so reingucken und sagen so, mh, läuft alles. Oder, mh, nee, es explodiert. Okay. Hm. Kann man machen. Genau, äh, so viel dazu. Finde ich mal mega geil. Hat mega viel Arbeit gebraucht, aber das hat sich voll gelohnt, finde ich. So, und hier haben wir ganz viel Gneis übrigens. Das war alles Gneis. Und Glas haben wir auch. Das brauchen wir noch. Und, äh, ja, hier habe ich zwei Hochöfen stehen. Weil ich da irgendwas... Hier, da habe ich, ähm... Was habe ich denn da gemacht? Ach genau, hier war noch ein bisschen Sand und so. Das habe ich gleich in Glas umgewandelt. Und so viel dazu. Ja, und hier kommt man halt auch noch rein. Äh, müssen wir dann mal schauen, wie wir das machen. Und hier oben finde ich richtig geil. Hier tropft Lava von der Decke. Das finde ich total schön. Müssen wir mal gucken, was wir daraus machen können. Ähm, so weit, so gut. Na, dann wollen wir mal wieder hoch. Das ist heftig. Ich weiß auch nicht, wie ich dazu kam. Ähm, ja, also es wird nicht alles unter Wasser sein. Ich werde nicht alles komplett ausheben. Äh, das, was jetzt ausgehoben ist, äh, wird... Was war das? Ach so, hier ist übrigens unser Haustier schon. Wir haben Haustier. Moment. Fledi? Fledi? Ich höre dich doch. Wo bist du? Na? Wo ist sie denn? Ist sie wieder ausgebüxt? Ich habe sie mal eingesperrt, aber... Das fand sie nicht so geil. Ach so, warte mal. Jetzt hakelt es bestimmt. Ja, da war sie doch. Oder ist das Wasser, was runter tut? Ne, da ist sie doch. Ja, da ist Fledi. Genau. Unser kleines Haustier. Äh, oder bist du überhaupt Fledi? Ach, ach, du kannst durchs Glas fliegen. Ja, dann bist du es natürlich. Äh, ich dachte nämlich... Fledi hat mir nämlich in diesen Gängen eingesperrt. Äh, aus Versehen. Aber sie kam ja immer raus, wann sie wollte. Äh, übrigens ist mir was aufgefallen. Wir können... Äh, dieses... Ähm, es gibt so Asphalt, ne? Und konkret. Hier, ähm... Beton. Damit kann man... Äh, oder... Ja, damit kann man schneller laufen. Das ist ziemlich krass. Ich habe nämlich gedacht, hey, machst du Asphalt auf diese Leitern? Das sind ja Carpenters-Leitern. Die kann man ja belegen. Und, äh, das sah ziemlich cool aus. Allerdings sind wir dann... Bin ich dann hochgelaufen. Und dann immer hin und her. Und es war ziemlich... Ähm, schwierig, sich auf dieser Leiter zu halten. Deswegen habe ich es wieder weggenommen. Aber damit können wir zum Beispiel einen Highway machen. Wo wir dann durch die Lande düsen. Das geht auf jeden Fall viel schneller. Also Wege, die wir oft benutzen oder so, kann man damit belegen. Und dann, äh, läufst du viel schneller. So, ja, das war es eigentlich auch schon. Viel ist es gar nicht. Ähm, was haben wir denn hier so drin? Ach ja, genau. Ach so, deswegen habe ich übrigens auch, äh, Marmor gesammelt. Weil das ist nämlich alles geschüsselter Marmor. Hm. Hätten wir, glaube ich, auch Stein nehmen können. Aber hey, was soll's. Ja. So, und das hier wird dann alles unter Wasser sein. Hoffe ich, dass das so klappt. Ähm. Neff Lady? Siehst du auch so, ne? Ja. Keine Ahnung. Und wie wir das füllen, das werden wir dann zusammen machen. Äh, wenn ich hier dran weiterarbeite. Wir können auch mal so einen Raum machen vielleicht. Oder so, ähm. Ich weiß es gar nicht. Schreibt es mal in die Kommentare. Wollen wir das irgendwie zusammen machen? Oder soll ich das alles alleine machen? Also den Reaktor und so weiter. Das mache ich alles alleine. Äh, das machen wir alles zusammen. So. Voll gemein. Äh, die interessantesten Teile. Ähm. Nö. Können wir gerne machen. So. Hier steht jetzt noch so ein bisschen Sand. Aber sonst würde das Wasser einbrechen. Da hatte ich keine Lust drauf. Ähm. Genau. Das wollte ich euch eben zeigen. Äh, super Sache. Finde ich total geil. Die kann man auch übrigens durchgucken. Und, ähm. Ja, das ist soweit der Plan. So, jetzt hat's aufgehört zu regnen. Wunderbar. Ist auch wieder am Tag. Genau. Und wir müssen hier noch eine Treppe hochbauen irgendwie. Weil hier kommt man immer so schlecht wieder weg. Das ist noch so eine Sache. Wir haben ja hier oben die, äh, ähm, den Weg, den wir durch den, ja so einen Baumwipfel fahrt quasi. Ne. Da geht's ja dann hier irgendwie hier durch. Ne. Kennt ihr ja. Ja, kommen wir da jetzt eigentlich hoch? Moment. Ja, gehen wir hin. Ach, verdammt. Nicht wirklich. Ja. So. Geht's erstmal. Ne. Den kennt ihr ja noch, ne? Genau. Ja, in der Mine war ich gar nicht mehr. Wirklich, äh. Ewig schon nicht mehr. Gefühlt. Und jetzt könnt ihr euch wahrscheinlich auch vorstellen, warum ich so ein bisschen gebibbert hab, als ich meinen PC neu aufgesetzt hab. Ich hab natürlich meinen, äh, Spielstand gespeichert. Zweimal. Und hast du nicht gesehen? Hey, was ist denn das? Cool. Boah, wir hatten den Bambus hier gepflanzt. Das ist ja heftig. Also ich mag diesen Baumwipfel fahrt. Mag ich total gerne. Ähm. Genau. Ne, hatte ich ein bisschen gebibbert, weil ich hab gedacht, ich krieg's nicht wieder hin. Weil ich dann nämlich die ganzen Mods wieder installiert hab. Und Life in the Woods. Und, ähm, Minecraft. Und, ähm, naja, das musste alles irgendwie zusammenpassen. Und das war ein bisschen schwierig. Aber hat am Ende doch geklappt. Und, ähm, naja, dann ist es dann ständig abgestürzt. Ich weiß auch nicht. Ich hab ne andere Grafikkarte reingekriegt. Und, ähm, die jetzt nicht unbedingt um Welten besser ist. Weil, äh, wenn ich einen Shader anmache, dann hakelt's trotzdem noch. Sieht aber super geil aus mit Shader. Muss ich sagen. Also das ist nochmal so ein Ziel, dass ich mir irgendwann mal, äh, so ein bisschen was investiere. Und dann haben wir hier mal richtig geile Grafik. Aber 1000 Euro werde ich von Rechnern nicht hinblättern. Das, äh, sehe ich irgendwie nicht. Weil ich da, ja gut, man investiert schon viel Zeit. Gerade hier Minecraft und so. Aber es gibt ganz andere Baustellen, wo man kämpfen kann. Mit zu viel Geld. Und, äh, ich denke mal, mit einem 500-Euro-Rechner oder so. So Mittelklasse, ne, wenn man noch ein bisschen wartet oder so. Da kriegt man schon was Ordentliches. Da kann man auch was mit reißen. Ähm, Minecraft ist ja sowieso für seine Ruckler bekannt. An einigen Stellen. Und da kann man dann auch mit einem super Hightech-Rechner nichts ausrichten. Denke ich mal. Das liegt dann einfach an der Programmierart. Wie man, äh, das alles, ähm, ja, von der Rechnerzeit, von den Programmabläufen und so weiter, ähm, realisiert hat. Das, das hängt halt nicht unbedingt vom Rechner ab. Ne? Ähm, genau. So. Ja, weiß ich gar nicht. Mach ich jetzt noch weiter? Sollte ja eigentlich nur eine Special-Folge sein. Ich wollte euch das eben zeigen. Ähm, ja, schreibt doch mal, wie ihr es findet. Geil oder nicht geil? Äh, Sex-Dansion machen wir hier ja nicht. Das haben wir ja schon geklärt. Und, ähm, ja, ansonsten würde ich behaupten... Ach, Mist, jetzt habe ich vergessen, diesen Baum zu pflanzen. Na, komm, das machen wir nochmal schnell. Wollen wir das hinten machen? Hinten, hinten, hinten. Ähm, ja, lass uns den hinten pflanzen. Ich hoffe, der wächst übrigens, ne? Ähm, weil manche Bäume brauchen ja, glaube ich, das Bion, das Zugehörige. Und hier war ich auch noch einmal überlegen, was ich hier mache. Ähm, ist total schön, hier mit diesem Wald. Aber irgendwas Geiles kann man hier noch hinbauen, oder? Ich meine... So, bitte wachse. Soll ich mal Knochenmehl holen? Wir können es ja nochmal probieren, oder? Ich kann ja mal schauen, ob wir was haben. Äh. So. Und, ähm, ach ja. Gibt so viel zu tun, Mr. Javi es ist. Äh, wir könnten überall noch Teppich legen, wo wir es brauchen. Und so weiter und so fort. Äh, Special-Folgen mäßig könnte ich eigentlich auch in Neta gehen. Ja, also ich habe noch nie eine Special-Folge gemacht. Hey. Na, Schmiede? Schmiedest du wieder irgendwas? Ähm. Ähm, 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 ähm. Helfen wir gerade auf die Sprünge? Was wollte ich machen? Knochenmehl, ne? Knochenmehl. Knochenmehl. Hier haben wir Knochenmehl. Leider nur zwölf. So, mehr als drei oder vier werde ich jetzt nicht verbraten dafür. Ihr kennt das ja, die wachsen dann immer so schlecht. Bei mir irgendwie. Haben wir eine Schere? Nö, haben wir nicht. Dann basteln wir uns mal schnell eine. Und, ähm, was man auch machen könnte, in diesen Special-Folgen könnten wir natürlich auch so was. Hey, was ist das? Quad-Fuel-Rod. Geil. Boah, ich will so ein, ich will so eine Zentrifuge haben, so eine thermische. 4.000 Grad! Okay, ich glaube, da brauchen wir elektrische Energie für. Dafür brauchen wir dann... Oh, krass. Einfach nur krass. Ich finde es so geil. Ah, ich freue mich da schon richtig drauf. Also, wir brauchen... Ich glaube, das ist nicht zu klein. Das ist, glaube ich, noch... Äh, nicht zu groß. Ich glaube, es ist noch zu klein. Ähm... Ich wollte raus. So, ähm, eine Schere. Dafür brauchen wir zwei Eisen. Eins, zwei. Zack, haben wir. Äh... Tack, tack, Schere. Wunderbar. So, ähm, ich habe nämlich was vor mit dem Baum. Auch wenn ihr es nicht glaubt. Aber... Der Baum wird ein Traum. Äh... He, 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 he. Mal gucken. Dass wir den zum Wachsen kriegen. Ich hoffe, das funzt. Komm schon. Ja! Geil! Okay, die Schere angesetzt. Und was haben wir da gekriegt? Das ist ja noch heute. Aber ich glaube, es ist ein Peach. Nee, ein Persimon. Aha. Ja. So. Wer weiß, was das heißt? Bitte, äh, Daumen hoch und, äh, einmal in die Kommentare. Also, ihr kriegt einen Daumen hoch dafür, ne? Wenn ihr es wisst. So. Meint ich das. Plop. Und hier haben wir noch einen. Sehr schön. Einmal die Axt, bitte. Haben wir eigentlich auch einen Sapling wieder aufgenommen? Ja, ne? Einen habe ich, glaube ich, gesehen. Vier. Ist ja geil. Okay, wir können aber nur noch einen Baum zum Wachsen bringen. Das ist natürlich doof. Aber wir können hier nochmal ein paar mehr anpflanzen. Warte mal. Okay. Äh. Nee, das geht nicht. Hier. Zum Beispiel. Hm. Und hier. So, einen haben wir noch. Den könnten wir auch hier hinsetzen. Einfach so, weil wir es können. Und es geil aussieht. Plopp. Okay, dann machen wir nochmal einen fertig. Ähm. Boing. Boah. Geht sogar mit einem. Manchmal. Ja, bei dem nicht. Toll. Hm. Na gut. Äh. Die Schere. Die Schere. Boah. Zack. Dies ist Special folgenmäßig. Äh. Machen wir jetzt hier ein bisschen Wurmchen. Ähm. Boah. Warum ist denn der so riesig jetzt? Ist ja heftig. Na, komm schon. Gut, ähm, das war die Schaufel. Ja, nee, man könnte in der Special-Folge auch halt so Sachen abbauen. Hier, Löcher machen, ne, das, was ich immer alles offline mache. Könnte man, ja, auch, dann in so einem Special-Let's-Play-Ding machen. Ähm, weiß nicht, ich habe euch jetzt nicht so den Sinn drin gesehen. Weil es halt auch immer ziemlich viel Arbeit, aber wenn ihr das gerne wünscht und das Anklang findet, warum nicht? Ja, warum nicht? Ähm, hm, hm. Wie machen wir das jetzt? Ich wollte ja eigentlich einen Herbstbaum haben. Aber das machen wir dann wann anders, ne? So, packen wir mal hier rein, dann ist ich jetzt so weit weg. Zack. Ich glaube, so viele brauchen wir gar nicht. Hm, Appel und ein Per Simon. Hm. Da ist noch ein Sapling. Ah, diesmal haben wir nur einen gekriegt, oder was? Lausig. Lausig. Ach so. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob die noch einsortiert sind. Ja, sind sie. Hätte ich einfach in die Kiste schmeißen können. Ach, egal. So. Hier ist noch, äh, Holz. Guck mal. Zack. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Was können wir denn noch so machen? Wir haben hier noch ein Flowering. Oh, klar. Brauchen wir nicht. Hä? Warum, warum macht er das hier? Sind das etwa die, die wir verloren haben? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Und was ist das hier? Dying Leaves. Wow. Ach, hier sind die Hopper. Die packen wir mal schnell oben rein. So. So, so, so. Ja, zu viel will ich jetzt auch nicht machen. Aber. Die Scissors. Einmal da hin. Hopper hier rein. Ach, die Tür kann da auch rein. Äh, das muss in die Küche. Das auch. Und, ja, ansonsten. Haben wir es soweit. Ne? Hier diese, ähm, diese Tank-Dinger. Die braucht man noch, um Maschinen zu kühlen und sowas. Und, ähm, ja, mal gucken. Also, uns steht noch ganz, ganz viel bevor. Und, ein Kerker will ich noch bauen. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Oh, es gibt so viel. Einfach so viel. Und es regnet jetzt schon wieder. Gibt es noch was, was ich zeigen könnte in dieser Special-Folge? Ich glaube nicht, ne? Viel habe ich nicht gemacht. Außer das da hinten halt. Ähm. So, hier könnten wir noch ein Wohnzimmer machen. So ein zweites oder so. Und hier geht ja der Flur zum Büro. Das Büro ist noch gar nicht ausgebaut. Äh, ist ganz schön laut hier, ne? Ich gehe mal wieder rein. Hm. Hm, hm. Dann müssen wir irgendwann mal wieder die Monster anschalten, finde ich. Das ist so. Das gibt dann nochmal dem Ganzen so einen kleinen Kick. Total. Ah, in Neta könnte man gehen. Ah, aber das vielleicht in der nächsten Folge. So. Äh, auch nicht unbedingt in der Special-Folge. Nee, 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 nee. Na, das soll jetzt ja nicht ausatmen mit Special-Folgen. Keine Ahnung. Lasst mir einfach mal da, wie das so ankommt mit der Special-Folge. Hört so. Und, ähm. Ähm, ja, vielleicht hat ja auch noch jemand einen Vorschlag für diese Werkstatt hier hinten. Oder, oder, naja, Werkstatt haben wir jetzt ja schon an einem besseren Standort, finde ich. Ähm, ich hatte erst überlegt, die hier rein zu machen. Dann kann man auch hier den Raum überwachen, was man nicht unbedingt muss. Aber, hey. Was muss man schon? So. Okidoki. Dann verabschiede ich mich gleich wieder. Boah, schon wieder eine halbe Stunde um, ne? Unglaublich. Äh, dann verabschiede ich mich ja wieder aus dieser Special-Folge. Und, äh, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Euer Smoothie. Und, äh, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Untertitelung des ZDF, 2020